40 Prozent unserer Gäste wollen pflanzliche Essen haben. Es wird immer mehr, oder? Es wird extrem mehr und der extrem hohe Anteil ist der Flexitarier. Es ist gar nicht so der reine Veganer. Und in einer Blindverkostung garantiere ich dir, von 100 Leuten sagen 96, das ist mit Fleisch. Guck mal, guck mal, guck mal. Das sind Gerichte, die die Küche lieben. Das ist extrem günstig und sehr gut zu verarbeiten. Und wir haben ganz andere Möglichkeiten des Farbspiels. Also guck dir diese Produkte an. Ja. Das ist der Oberknaller. Ja. 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 Ja.